Was sind Plantate? Na lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Na du, bist du mit Kyle befreundet? Ja. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Ich bin mit Kyle befreundet? Riechst du das schon wieder, weil du Lust auf Sloppy Seconds hast? Warte, 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 warte. Ich muss jetzt mal ein Selfie mit... Hoho, da kommst du nie rein, Superblödi! Na die Fresse. Ich muss grad ein Selfie mit Kyle machen, dann kann ich das auch mit Kyle's Mutter machen. Kann ich von Nutz, von Nutz, von... behilflich sein? Immer. Ja. Fantastisch! Wir sehen uns! Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst! Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB... Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst! Okay, ja, zwei Helden, die abhängen. Der Autor hat am Anfang... Super. Ich müsste kein Bild mit ihm machen, weil er schon irgendwie Follower ist. Jetzt kann ich auch mit der Mutter machen. Hier wollte ich das erstmal nicht hin. Okay, hier ist einfach... Muss mir glaube ich himmelkalt helfen, aber das ist glaube ich nicht freigeschaltet. Wo ist diese verdammte Katze? Geht's noch? Hier, Mietz! Der steht da voll im Bild, ich kann nichts sehen. Das Dach wird's nicht. Okay, hier kann ich nichts machen. Hier, Mietz! 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 Das ist einfach nur ein normaler Kostüm, das hat ja keinen Effekt, glaube ich. Danke fürs Einkaufen bei Sloppy Seconds. Lust auf einen neuen Look? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ja? die stadt wird ein wenig zu urban wenn du verstehst was ich meine willkommen bei freeman's tacos wenn dich irgendwas anmacht dann lass es mich einfach wissen bei freeman's tacos craftet man alles selbst du weißt wie das geht oder öffne einfach das crafting menü dann können wir anfangen du kannst essen kombinieren wie du willst erstmal ein grundnahrungsmittel der burrito warme tortilla drum herum gewickelt um neuer um irgendwas anderes hier alles was du für den anfang brauchst hier steht wie viel essen du brauchst um diese tortilla zu füllen jetzt schmeiß einfach alles zusammen gut gemacht nach deinen ersten schritten im crafting können wir reinhauen du kannst essen kombinieren wie du willst probier aus was passiert wenn du einen burrito mit einer enchilada kombiniert herzlichen glückwunsch aus enchilada und burrito hast du einen enchilada gemacht das hat vorher noch nie jemand geschafft was soll's nimm noch ein paar rezepte die retten dir vielleicht einen dämlichen arsch jetzt kann ich diesen moment nur noch für die geschichte festhalten mit einem selffi okay das machen wir nie wieder hier kann ich nix nehmen geh lang nicht durch die tschel raus das geht überhaupt gar nicht, ne? Ich kann gar nichts tun. Was kann ich eigentlich machen? Wieso konnte ich das? Noch eins, hm? Gut, dann los. Wir dürfen noch eins machen? Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-belieblich mischen. Alter, was ist denn los? Oh, Gott. oh ne aber gott noch kontroler negastheniker kontroler negastheniker geiler laden hier kannst du deine zutaten extrem lieblich freeman's taco Oh, den Schrock kann ich hier nicht verkaufen, schade. Oh, den Schrock. Oh, den Schrock. Oh, den Schrock. Okay. 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 Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbieten. Okay, ich weiß schon, was wir machen werden, das Raumzeitgefüge kaputt machen. Ich werde dein Recht, diese Kleidung zu tragen, stets verteidigen. Danke. Danke. Hm. du bist wirklich zu gehen wie wäre es mit unseren neuesten sachen schrott kann ich nicht verkaufen das neu folgte Ich muss mal wieder das Haus mal gucken. Ich muss mal wieder das Haus mal gucken. Oh, ich hab das nicht geschafft. Sind Superhelden nicht schon wieder out? Ich muss wieder mit Jungen Kite hin. Okay, noch geht das nicht. Das dauert, ob ich das nutzen kann. So Leute, das war es mal wieder mit der heutigen Folge des Hauspark. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.